Es kann auch auffüllen zum Beispiel und dann kommt es auch noch vorne raus, wenn man so ein Blatt haben will und dann drückt man zum Beispiel und dann kommt ein Muster raus. Und das ist dann noch ein bisschen warm. Das kann man ausmalen, wenn man es will. Das kann man ausmalen, wenn man es will.